Ich biete ein W-Seminar an und wir schauen uns das Buch von Frau Nüen Kim an. Es geht um die großen Streitfragen und die werden hier wissenschaftlich geprüft. Und dieses W ist unser W-Seminar. Das heißt, Frau Nüen Kim geht sehr schön auf die wissenschaftlichen Methoden ein, erklärt hier so super, das kennt man ja von MyLab. Und deswegen mache ich das Buch. Das ist ein total guter Einstieg in dieses Thema. Und es sind mehrere Kapitel und die wirklich spannenden Sachen. Legalisierung von Drogen ist ja gerade in der Politik. Sind Videospiele gefährlich? Gender Pay Gap? Alternative Medizin oder evidenzbasierte Medizin? Impfungen? Erblichkeit von Intelligenz? Geht weiter. Hier denken Frauen und Männer verschieden. Sind Tierversuche vertretbar und die Debattenkultur in diesem Land? Wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel soll ich mich impfen lassen, ja oder nein, dann kann ich pendeln oder Karten ziehen oder ich schaue bei Telegram nach, was es da so geht. Oder eben, ich versuche an dieses Thema wissenschaftlich ranzugehen und dabei geht es eben um eine Methode. Und diese Methode wird schön erklärt und wir reden dann darüber, wann lässt sich, wann kann ich etwas wissenschaftlich nennen und wann nicht. Das ist keine Garantie, dass ich richtig liege. Ich kann mit dem Pendeln zufällig Glück haben und kann bei meiner wissenschaftlichen Methode mal in die Irre laufen. Das ist möglich, aber unwahrscheinlicher. Also ich persönlich empfehle es so zu machen, auch wenn man nie die Garantie hat, dass es wirklich hundertprozentig stimmt. Ich hoffe, dass wir auch diskutieren, dass wir verschiedener Meinung sind. Wissenschaftlich bedeutet nicht, dass wir am Schluss sagen, so ist es. Aber es bedeutet, wir diskutieren mit Niveau. Das heißt also, man sagt nicht, du bist blöd, sondern ich habe recht, weil ich hier was gefunden habe. Da wurden tausend Leute befragt. Dann sagt jemand anders, ich habe auch was anderes gefunden. Meine Studie ist aus Kanada und da wurden 2000 befragt und es ist viel besser als deine Studie. Und dann legen wir die Studie nebeneinander und versuchen, schauen, ob man zum Ergebnis kommt. Und oft muss das so stehen bleiben. Es gibt viele Fragen, die noch offen sind. Weitere Quellen, wir machen nicht nur ein Buch, sondern am Ende vom Buch gibt es jede Menge Quellen. Also wer sich für irgendein Thema interessiert, der muss da natürlich dann in die Tiefe gehen. Ich komme aus der Physik, der Galileo hat gesagt, man muss messen, was messbar ist. Das ist so die Idee. Und wenn irgendwas nicht messbar, wenn es nur nicht messbar ist, dann mache ich es einfach messbar. Wahrscheinlich hat er das so nie wörtlich gesagt, aber das war so seine Methode. Und wenn ich mir die Themen im Buch anschaue, also wenn ich die Covid-19-Impfung nehme, dann ist es relativ leicht festzustellen, wie krank ist jemand. Das Thema ist auch durch. Ach, da gibt es eine klare Antwort. Aber wenn ich mir Videospiele anschaue, hier das Thema Aggression, machen Ballerspiele aggressiv? Kann ich Aggression von 0 bis 10 messen? Hier wird es schwer und deswegen ist es umstritten, aber deswegen ist es auch interessant. Und wir schauen uns eben auch diese schwierigen Themen an. Bleiben aber bescheiden. Müssen immer am Schluss sagen, wir haben da was rausgefunden, sind aber nicht sicher, ob es wirklich genauso ist. Anders bei der Impfung. Lasst euch impfen, ist ja klar. Das Besondere an diesem Seminar ist, ihr sollt selber Wissenschaftler werden. Ihr sollt selber forschen. Das heißt, ihr interessiert euch für ein Thema und ihr macht Fragebögen. Mir genügen so 50 Fragebögen. Für eine Doktorarbeit wäre das viel zu wenig, aber ihr seid Schüler, es ist nur eine W-Seminar-Arbeit. Es geht mehr um die Methode. Das ist so das Leitthema. Wenn es eine Online-Umfrage ist, dann kann man schon schauen, dass man ein paar Hundert kriegt. Es muss nicht immer dieses Ankreuzel-Ding sein, so der klassische Fragebogen. Ihr könnt auch Interviews machen, länger, dafür weniger Leute. Bei diesen ganzen Gender-Geschichten, fragt vielleicht mal eure Oma, wie das vor einigen Jahrzehnten waren. Und dann ein längeres Thema. Bei einem Spiel meine ich folgendes. Man kann sich zwei Leute einladen, ein Spiel spielen lassen und dann schauen, ob die zusammenarbeiten, sodass jeder am Schluss eine halbe Schokolade gewinnt. Oder ob die gegeneinander spielen, sodass einer mit einer Schokolade heimgeht und der andere hat verloren. Oder bei einer Beobachtung. Es hat mal ein Schüler beobachtet, wie viele Radfahrer fahren in der Früh zu einer bestimmten Zeit vorbei, in Abhängigkeit vom Wetter. Wir müssen natürlich DES-Datenschutz immer beachten, aber darüber reden wir dann im Laufe des Seminars. Also da kann man bei einer Online-Umfrage, kann man privatere Fragen stellen, wenn es wirklich anonym ist. Interview ist dann natürlich viel schwieriger. Und es ist ein Mathe-Seminar, aber ihr braucht keine Angst vor Mathe haben. Das heißt, auch wenn ihr schwach in Mathe seid, ich möchte keine Zettelwirtschaft, sämtliche Fragen müssen in eine Excel-Tabelle, aber wie die dann von der Excel-Tabelle in irgend so ein Diagramm kommen, dabei helfe ich. Das passiert ja nicht kurz vor der Abgabe und dann schaue ich es mir an, sondern das macht man Monate vorher. Und ich erkläre es so lange, bis es läuft. Ja, es macht sich ja im Abizeugnis nicht schlecht, ein Mathe-Seminar-Besuch zu haben. Genau so läuft das Ganze ab. Es gibt eine Forschungsfrage. Und dann schaut euch die Quellen an. Was gibt es schon? Möglichst gute Quellen, nicht die Bild-Zeitung oder irgendwelches Telegram-Zeug. Dann die Frage, wie kann ich es erforschen? Das ist schwer. So bist du Rassist, die Frage sagt jeder nein. Also, da muss man schon lange drüber nachdenken. Und dann macht ihr eure Umfrage und kriegt ein Ergebnis. Und bei der Beurteilung müsst ihr natürlich ehrlich sein, ihr habt nur 50 Mitschüler befragt. Das ist eben nicht repräsentativ. Damit ist aber die Arbeit, die ihr abgebt, rund. Wenn man ehrlich ist und sagt, es ist nur so ein kleiner Einblick, nicht die große Doktorarbeit, dann ist es ehrlich, ist okay. Der Kern ist eigentlich die Forschungsfrage, wenn ihr was findet, was euch wirklich interessiert, was euch Spaß macht, dann wird es eine gute Frage. Ihr sollt neugierig sein. Und dann ist gut. Ich freue mich schon. Ich hoffe, dass möglichst viel teilnehmen wird gut.